Ah, merkt mich! Nachladen ist scheiße! Nein, ich habe keine Mulde! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde TTT! Der Wolffi, die üblichen Verdächtigen, und zwar der Wolffi, der Wolffi. Was heißt über dich Verdächtige? Hallo, hallo! Nein, ich bin... Oh Mann, weg damit, bevor... Ach, scheiße! Und der Nymik, LP. Nein, nur Nymik reicht schon, danke sehr. Ja, Jörg? Da waren wir zuerst dabei, da waren wir auf 80 dabei und der... Äh, Mitarbeiter, Gehr, Heiming! Komm, was du jetzt mach, guck mal! Guck mal! Fass! Ne, okay! Naja, los, schnell, schnell, holz! Ich bin der Traitor! Toll! Okay, bin ich mal so... Das ist schon zugegeben! Das ist schon zugegeben! Das ist schon zugegeben! Das gilt mich sonst immer so schnell, da hab ich keine Lust drauf! Aber seit wann hat eigentlich das Silenced Aave nur noch zwei Schuss? Die hat doch vorher mal, äh, drei... Ne, die hat jetzt schon immer, die hat nur immer schon zwei gehabt! Ach, die normale hatte, glaub ich, drei, ne? Ja, aber die ist halt laut! Ja! Hi! Hallo! Ja! Hm, jetzt redet wieder keiner, finde ich auch, bitteschön! Ja, auch sehr schön! Ich bin immer gespannt, wer der nicht... Ich hab immer was sehr, sehr geiles! Ich bin immer gespannt, wer den Startschuss zum, äh, ja, großen Geballer abkippt! Da hab ich auch keine Ahnung von, müssen wir mal gucken gleich! Muss ich eigentlich jetzt weiter machen, weil, äh, ja! Ja! Weil, jemand hat nen Verdacht, der macht das als öfters! Aber wir werden's schon, wir werden's schon gleich erfahren, das wird kein Problem sein! Also der übliche Verdächtige ist ja sowieso immer Wolfi, deshalb... Warum ist Wolf eigentlich immer der übliche Verdächtige? Hä? Warum ist Wolf eigentlich immer der übliche Verdächtige? Weil der nicht meistens einfach random kill ist! Ach, der killt immer random? Zumindest nicht... Schön für Wolfi! Steh ich drauf! Okay, ich glaub, Jür redet nicht mehr, also heißt, Jür ist auf jeden Fall getötet worden... ...wann irgendjemanden... Hi! Ah, weg mich! Nachladen ist scheiße! Nein, ich hab' keine... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hä? Wo bist du... Nein, das gibt's nicht mit deinem Raum! Huge Powerful to win! Vor allem, ich hab' eigentlich gedacht, dass Wolfi schon gestorben ist, Alter! Vor allem, er sagt, äh, hier... Das random killing ist, ist meist der, der ist immer der Wolfi, ne? Ja, das ist doch wohl... Die Runde davor, wer hat mich als erstes random gekillt? Wer war... Wer war... Wer war zwei Sekunden und wer war danach tot? Ja, mein Gott, das war... Das war nur außerhalb von der Aufnahme! Ja, wir wollten, äh... Wir wollten unsere Map überspringen! Wir wollten nur die Map überspringen, deshalb! Ja, ja! Ja, 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 ja! Wusste ich ja auch, dass wir die Map überspringen wollten! Äh, das haben wir gesagt, nur mal so! Ja, und der war überhaupt nicht da, ne? Nur mal so! Doch, das haben wir gesagt, als du schon da warst! Ja, aber er war ja nicht da! Natürlich! Nein, war ja nicht, er war... Ja, das vorher gesagt, dann ist erst ein Scrap abgekackt, aber... Es ist auch scheißegal, wir sind in der Aufnahmung! Ich werde drüber geredet werden! Hui! Na? Auch Mann, na, ne? Na, ne, 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 ne! Ja! Ja, kein... Ey! Was ist... Na, da, hab ich wieder abzuschießen, ihr Kleinkert! Hast du gerade eben die Benfeste kaputt gemacht? Hab ich nicht in einem von dir! Ich hab eins kaputt gemacht! Nee, schiebst du noch? Ok wer von euch bei uns war das nicht so gut alle in der nicht präzelt und gebrochen ob man nicht vor dir so richtig doch nur du musst aber auch schon darauf antworten wenn ich die Frage wo ah nee das ist nicht so wichtig in dieses Umstände ich glaube das mag ich nicht machen Ok wer hat Wolfi umgebracht wer hat Wolfi umgebracht ich war doch nicht einmal hier oben ja okay ich hatte noch eine zweite war für noch ja geil alter ja wenn ihm sein ding abgekackt ich kann ja auch nicht so für schlechter pc einfach ja genau oder bin ich ganz er nimmt ja auch nicht auf weil er bisher zu schlecht ist nehmann oh oh man den lassen wir doch nicht fahren was ist mein das ist jetzt mal erstmal eine echo echo frisch ich hab erstmal eine echo hier echo frisch ja du so so ein echo frisch er kann genauso gut Auto fahren k er ist immer ich nur auf die auf die ist es auf die ist es er stalkt mich ich steh drauf ok ab und zu ein kleines bisschen ab und zu kleines bisschen nein volle kanne naja sind was ja ich möchte wieder rein werden sonst wäre ich schon tot gewesen ich weiß es ist du hast ja in beiden ich wette oft die ist es ja und warum? mit welcher Begründung? weil du dich wieder geschickt raushältst ja genau hallo ok Nihmik hat auf mir, Nihz hat auf mich geschossen oh oh Irgendgeleckt das Grab bei mir das Tod ist, ich weiß nicht warum ich stell mir die Grab einfach ein bisschen runter lol das Spiel leckt so übel, sag ich wie viel los aber schon kann ich was mit mir zu spielen wer hat mich untergefallen? ich glaub mein Spiel hängt du brauchst nicht zu sagen, du bist glaub ich tot Elbe Verbran da war ja nicht meine Schuld, es überbrennt ja meine Augen ich hab was neu so soll ich denn jetzt was dafür für Künste dumm ist zu leben lol was ich würd mich auch an deiner Stelle lieber selber töten warum sollt ich ja 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 gut da sind wir wieder war ein kurzer Cut und er hat doch gestorben durch Wolfie ich hab ihn nicht getötet Mann was nicht der ist gestorben Mann was solltet bekommen ich will überhaupt nichts hochladen ich lad nie wieder was hoch was ich bin in der Überlegung nicht die Runde nicht hochzuladen also warum denn ja guck mal wie das leckt so so random killing drei Stück am Anfang was für random killing als Traitor darfst du random killen ich bin natürlich ich weiß nicht 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 ich hab ihn nicht getötet überhaupt nicht der Runde noch gar nicht der Runde noch gar nicht hallo 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 ich will die nächste Runde fliegen aber oh lol jemand hat ne oah geh da rein alter du wolfie ausgerechnet ist was ist da passiert bei euch alter hat irgendjemanden inzie geworfen aber wahrscheinlich schon vor der Runde oh ich bin im Lüftungsschach wenn ihr mich sucht boh verlass die mir alle ah hier im Lüftungsschach hallo 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 nein nicht mit tüten das ist hallo 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 alter der in der in der B hallo mein Gott jetzt bin ich aber nicht ja ok hallo wenn laufen um wenn auch er auch okay ich will ich mich auch nicht wieder zu spielers oder warum hast du eine messe habe ich gesehen alter nein es war metal noch oder eine kummer wo ich gelandet bin auf jeden fall unten ja ich glaube ich gehe gleich auf oh komm nur zwei runden ja okay ich weiß zwei mache ich noch aber dann bin ich ich will das nicht das stützt als ab es macht keinen spaß weder mir noch euch naja euch wahrscheinlich eher als mir mich stürzt eigentlich so auch mich stürzt die mich unter der dritte das hat morgen den abend gucken dass wir nächste mal wieder in der tss sind ich hänge in der tür fest vielleicht bei dir oh hallo ob ich töte dich nein ich mich töten das ist jetzt wieder random ich muss dich töten nein 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 oh gott der schießt wirklich auf mich wolfe ist es wolfe ist es oh ja ich wollte dich gerade noch sagen mal atem was wollte dich nicht töten ich wollte dich nicht töten ich wollte dich nicht töten ich wollte dich nicht töten hier er hat ihn überhaupt nicht getötet ich war das so ja ich habe ich habe ich habe den wolfe nicht gesehen das war jetzt dumm das war jetzt dumm boahm die mädchen auch die ist durch mich gestorben wirklich ja meine lauter ja aber ich habe ihm so richtig überall mitgegeben ja hasch einfach jetzt nicht so geil und er ist einfach durch die Explosion gestorben man ich hab's ich hab' ich hab' ich mal gar nichts gesehen einfach man kann halt nicht immer was von der welt sehen man muss halt einfach sterben vielleicht wäre es lohnenswert den server aufzurüsten was für aufrüsten alter ich habe schon welche gesehen die haben 20 slots auf ihrem server haben nur 1 gb ram und wir haben 2 gb ram und haben nur 6 slots und jetzt möchte ich auch über den server spiel doch ein ja spiel einfach na alter ach du wick da warum denn nicht oh ich war bei uns und ich sage ich sage ich sage ich sage ich sage nein 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 alter weg es wird ich bin hier ich bin hier gewägt ich bin hier gewägt nein hier ist es ritter das ist gewägt gewägt was er blickt ist ja so heftig ach ach auf die in der welt überhaupt auch ich muss auf die ja ja ich muss sagen wenn euch die folge gefallen hat lasst den dorn nach oben da schaut beim wochen beim andi vorbei Das bin ich! Und, äh, ja. Dirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrss